So, hallo ich damit willkommen hier zu diesem kleinen Info-Video. Ich mache sowas eigentlich relativ ungern, aber es lässt sich gerade einfach nicht vermeiden. So, es gibt nämlich zwei Sachen anzukündigen und zwar, zum einen haben es vielleicht schon der ein oder andere mitbekommen. Startet heute Abend, also am Mittwoch um 19 Uhr hier auf YouTube, ein Livestream zu sich, die Skylines, also einfach auf dem Kanal schon einfach dabei sein. Ich habe den Link einfach mal für die, die es dann auch nicht, trotzdem nicht finden, mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Da ist quasi direkt der Livestream verlinkt. Heute Abend um 19 Uhr wird also City Skylines gestreamt. Das müsst ihr euch vorstellen, so ein Live-Let's-Play, das haben wir ja schon mal gemacht. Also ich werde nicht großartig auf irgendwelche Fragen aus dem Chat eingehen, sondern einfach so keine Hilfestellung benutzen. Ich nehme quasi City Skylines auf, wie wenn ich ein stinknormales Let's-Play machen würde, nur halt eben, dass ich das parallel streame und eben gerne und häufig Tipps von euch aus dem Chat annehme und quasi mit euch zusammen mit so ein paar Ideen dann unsere Stadt weiter vorantreiben, die wir schon gemacht haben. Dafür nehmen wir natürlich die Stream-Welt, unsere Snowfall-Welt und nicht die aus dem Let's-Play. Da läuft ja das Let's-Play auch bald aus. Das City Skylines-Let's-Play hat ja insgesamt 60 Folgen, dann ist das vorbei. Und dann werde ich einfach in unregelmäßigen Abständen ab und an bei City Skylines streamen. So, das ist das eine. Also heute Abend Mittwoch um 19 Uhr. Alle dabei sind, die wollen. City Skylines. Und da gibt es noch die andere Ankündigung. Morgen gibt es auch was ganz Tolles, Besonderes. Wenn nämlich alles passt und klappt, dann kommt morgen um, wann habe ich es geplant? 18 Uhr, genau. Wenn das mit dem Upload alles funktioniert, morgen um 18 Uhr dann um die Folge 300. Ich habe schon ein bisschen länger gewartet, genau. Es ist auch ein relativ großes Monster geworden. Also das lädt jetzt 12 Stunden hoch oder sowas. Super, gell? Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das auch alles mit dem Upload und so passt. Das sind an die 6 Stunden geworden. Und genau, freut euch da einfach mal drauf. Morgen um 18 Uhr, um sie zwei Folge 300. Also Donnerstag 18 Uhr, um sie Folge 300. Mittwoch 19 Uhr, City Skylines Livestream. Genau, also alle, die da mit dabei sein wollen, sind ja gerne mit dabei. Ich würde sagen, genau, macht's gut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Genau, und dann sehen wir uns dann entweder bei einem der beiden. Na ja gut, Events ist relativ. Also wir sehen uns dann entweder da oder da oder an beiden Stellen oder sowas. Wie lange der Livestream geht, kann ich noch nicht sagen, solange ich halt eben Lust drauf habe. Sagen, wie ihr noch Lust drauf habt. Und ich glaube, es sind auch Ferien. Das weiß ich nur immer nicht, weil ich nicht mehr in der Schule bin. Da ist es immer schwierig zu wissen, dass es Ferien sind. Aber ich glaube, es sind Ferien. Das heißt, wenn wir mit dem 19 Uhr anfangen, dann können, denke ich, noch ein paar mehr zuschauen, als das letzte Mal beim allerersten Stream, der im Releasetag geplant worden ist. Und genau. Was ich vielleicht auch mal ganz kurz erzählen möchte, gerade bezüglich von dem Livestream. Ich mache bei solchen geplanten Livestreams, also bei Spielen, die meistens nicht um sie sind, lege ich eine Veranstaltung. Also man kann bei YouTube Livestream-Veranstaltungen anlegen, die dann einmal in der Abo-Box angezeigt werden. Also da steht dann einmal in der Abo-Box, okay, ja, ja, hat ein Livestream geplant oder sowas in der Art. Und da steht dann eben der Thumbnail und da kann man irgendwie auch schon die ganze Zeit rumchatten. Das ist ja das Interessante. Also der Chat ist irgendwie die ganze Zeit aktiv. Da kann man dann also schon irgendwie chatten, warum auch immer. Nur das mit der Veranstaltung, das wird eben nicht auf der Kanalseite unter Videos angezeigt, sondern eben nur in der Abo-Box, was da halt relativ gerne mal verschüttet geht. Deswegen hier eben der kurze Hinweis. Ich habe das letzte Woche mal gemacht. Und da könnt ihr mal, naja, euch vielleicht dran zurückerinnern, ob ihr vielleicht schon da das schon gesehen habt oder nicht. Das erscheint wie in Form eines Videos, nur eben ohne Länge. Steht das dann eben da, diese Livestream-Ankündigung. Da steht eben, dieser Livestream startet in so und so und viele Tagen und sowas. Haben eben schon ein paar Leute gesehen, aber eben noch nicht allzu viele. Deswegen hier nochmal ganz kurz die Erinnerung. Ich möchte euch jetzt gar nicht weiter zuquatschen, wir bleiben unter vier Minuten. Ich würde sagen, bis dann, macht's gut und tschüssi.